Beim Technical Stand Up stütze ich mich mit der einen Hand hinten am Boden ab, die andere Hand ist wie eine Stopphand nach vorne. Auf der Seite, wo ich mich hinten abstütze, liegt mein Bein auf dem Boden. Ich hebe meine Hüfte und das Bein an, ziehe dieses Bein unter den Körper nach hinten und stehe auf in die Kastelle. Andere Seite.